So, willkommen zum Aufbau-Rundgang vom Weihnachtsmarkt in Darmstadt. Ich bin jetzt hier auf dem Ernst-Ludwig-Platz. Hier haben wir das Schloss und den Weißen Turm. Und ich werde das Ganze in zwei Teile wahrscheinlich aufteilen. Einmal hier den Bereich so und dann den Marktplatz da hinten. Aber jetzt erstmal hier. Also hier haben wir von Glock, denke ich mal, die Candy Factory. Hier haben wir noch ein ungeschmückter Weihnachtsbaum. Dann hier eine Créperie, französisches Crépes. Kinderkarussell, die Zauberwelt. Schausteller weiß ich hier nicht genau. Und das hier, das müsste ein... Was ist das? Spielwarenstand, oder? Das ist so ein Spielwaren, ja. Ja. Dann hier, ich glaube, das gehört dazu, zu dem Stand. Dann Naturwund Wollprodukte. Hier, Darmstädter Weihnachtsmarkt. Die Stände da hinten, das kann ich nicht alles sagen, die sehen gleich aus. Hier Wenzel Hausmann. Also ist das von Hausmann. Hier eine weitere Bude. Das ist die Darmstädter Krippe. Die... Die jedes Jahr irgendwie hässlicher wird. Hier haben wir einen Stand mit so Fässchen. Ich glaube, das sollen Tische sein, wo man sich dann dran stellt. Darmstädter Weihnachtsmarkt nochmal. Eine Bude hier, eine weitere. Dann haben wir hier Schokoladenhaus. Schokofrüchte und Liebesäpfel. Entschuldigung, wenn man mich manchmal nicht hört, weil hier fahren dauernd Busse und Straßenbahnen. Hier die Eisenbahn. Gebratene Fledermäuse, hier gebratene Fledermäuse. Dann Suis, Pommes. Jetzt gehen wir mal rüber. Hoffentlich werde ich jetzt nicht genau überfahren. Hier Salm, Brat, Paprikawurst, Pommes, Fleisch, Nierenspieß. Da oben Fischbrötchen, Currywurst, Rostbratwurst. Also hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Da der weiße Turm. Hier Glühwein. Alles von Salm. Das ist das erste Mal hier auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist so, ja so eine, wie sagt man, keine Ahnung, kein Zelt. So eine Holzhütte. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Ich glaube, da erkennt man nichts. Ja, da wie gesagt der weiße Turm. Hier hat man um den Baum so eine Art Tisch gebaut. Hier die Kaffeehütte. Da gibt es Kaffee, Waffeln, Krebs, Krebs nochmal, Waffeln. Hier Flammkuchen, Feuerzangenbohle oder so. Keine Ahnung, was es ist. Und hier ist der Marktplatz. Da folgt dann gleich Teil 2, weil das Video wird dann einfach viel zu lang, weil hier stehen echt viele Stände. Und das kommt dann extra Teil. Also dann, bis gleich.